Hey Nina, ich glaube nicht, dass ich mit einem einfachen Video alles wieder in Ordnung bringen kann, aber ich möchte, dass du weißt, warum passiert ist, was schlussendlich passiert ist. Angefangen hat alles vor ungefähr zwei Monaten. Es sollte eigentlich ein ganz normaler Tag werden, doch sind Dinge passiert, die ich eigentlich so nicht geplant hatte. An dem besagten Morgen vollzogen mein Kumpel Jan und ich unseren allen Morgen nicht in den Garten zu reden. Die Schule hat gerade erst angefangen und ich möchte jetzt schon wieder die Ferien zurück. Das ist life, Jesse. Wie waren deine Ferien? Ich habe sie irgendwie verzockt. Verzockt? Mit was? Call of Duty? Es war doch mal Zeit, dass du mit anfängst. Hast du auch aufgehört, die alten Klassiker zu gucken? Geilheitsprüfung oder wie heißt das noch? Die reife Prüfung. Und der Film war nicht langweilig. Der hat die Filmindustrie. Ja, sehr gut. Und welches Call of Duty hast du jetzt gespielt? MB3 oder Black Ops Spark? MB3 war das, glaube ich. Wow! Eine Anfrage fand ich dann amazing. Jawohl! Meine Schwester spielt die ganze Zeit dieses komische Beauty vor. Da spielen auch noch Mädchen oder was mein Sohn? Ist das so? Ich weiß nicht, aber du solltest es nicht so verurteilen, bevor du es nicht selber gespielt hast. Ich brauch das Spiel nicht spielen, um zu merken. Moment mal, du hast es in den Ferien gespielt, oder? Ähm, wie kommst du darauf? Alter, das ist echt erbärmlich. Ja, okay, ich hab das gespielt. Aber nur, um ein Mädchen kennenzulernen. Ein Mädchen? Kennst du Nina Richter? Ja, Alter, die steht doch nie auf dich. Also, sie sagt, ich bin ganz süß. Zähle ich für schwul, oder? Wie kommst du darauf? Wie gesagt, nur Mädchen spielen, Beauty vor. Und dann, wenn du ein Junge bist und das ein ziemlich unmännliches Spiel bist. Einzellig für den Schwul. Das klingt aus deinem Mund echt logisch. Nee, warte mal. Das darfst du jetzt nicht mal trinken. Mit Schwuler musst du das hier trinken. Die Schule geht erst nach einem Schiffen los. Boah, ich hoffe, ich treffe Max diesen Wichser nicht, ja? Riecht mich so auf. Nee, schon seit den Ferien nicht mehr. Der hat mich betrogen mit Emma Schröder. Kannst du dir das vorstellen? Mit dieser Bitch. Boah, ich könnte mich so aufregen, ne? Ich brauche jetzt erstmal Rockstar von das Männergetränk. Ich weiß, aber das brauche ich jetzt einfach. Hey Jesse, du bist schnell zu treffen. Ist das dein Freund? Oh nein, ich bin hetero. Und verfügbar. Schön. Kann der Jesse langsam zur Schule gehen? Klar. Hey, Jess, warte mal. Was ist denn mit mir? Hey. Ficken. Boah, Digga, was soll denn das eigentlich vornehmen? Du hast dich einfach stehen lassen. Ja, sorry. Nina, Julia und ich haben noch ein bisschen gequatscht und dann ging die Stunde auch schon los. Mit sich der Schule geht jetzt echt durch, oder? Ja. Und es funktioniert hervorragend. Also, das ist mein Schwimmer. Mach sie doch bequem. Oh. Cool. Setz dich doch. Du, Jesse. Ich darf mich doch Jesse nennen, oder? Wie ist das eigentlich so als Schwuler? Wirst du diskriminiert? Also, eigentlich nicht. Das muss doch schlimm sein. Wirst du geschlagen? Ähm, nein. Aber du kannst es mir doch erzählen. Ich bin doch deine Freundin. Wirklich? Klar. Erzähl mir alles, was du willst. Aber du erzählst das doch eh der ganzen Schule weiter. Und dann wird es am Ende nur noch schlimmer. Ich werde nie etwas von dem erzählen, was du mir hier beichtest. In diesem Moment hatte ich gerade einen Mordsständer. Alles in Ordnung? Ähm, nun ja. Könntest du vielleicht von mir runtergehen? Mir ist das unangenehm. Oh, ähm, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Du ziehst die Schulnummer jetzt echt durch? So richtig mit Abercrome in Fitch gehen und Twilight gucken? Was bist du denn? Cartman in Real Life, oder was? Ticker, ich sehe mich persönlich eher als Kollegah 2.0. Was? Du bist eher Crow, nur dass du dafür noch viel zu gay bist. Moment mal, nochmal zum Mitschreiben. Ich bin gay, wer von uns beiden macht nie den Po-Pilot, ne? Du bist so ein Pisser, ne? Also, machst du nun richtig auf schwul? Wie richtig auf schwul? Äh, du siehst schon mal nicht so aus. So aussehen? Soll ich so rumlaufen wie Roche Gonzales, oder was? Okay, komm mit dir. Heavy, wohin? Aber mein Spiel, ey. Wirklich? Ryan, The Banger? Milfhunter Ryan, The Bitcher, The Man Who Banged Them All, and The... Ist gut, okay? Ja, ähm... Rye... Hey, Brother, was machst du denn hier? Der Bitchinator ist grad am Bitchen, Kay. Was willst du? Bitchinator kann ich ja noch gar nicht. Hab ich mir ausgedacht, und weißt du warum? Weil er mich an den Terminator erinnert. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Er ist Eisen. Ja, schon klar. Ryan, kennst du Jesse? Nein. Hier steht er. Er sieht irgendwie... Schwut aus? Nein, nicht wirklich. Er sieht aus wie Herr Tutorial, als er sich noch nicht eingecremt hat. Was? Was wollt ihr hier? Kennst du Nina Richter? Warte mal. Ah ja. Nina Richter, 15 Jahre alt, blond, Größe D. UF? UF? Anfuck, das gibt's nicht. Ich dachte, ich hätte die gesamte 10. Klasse durch. Was? Du fickst dich durch die ganze Schule? Das ist ja voll schadig, schienmäßig. Bella, halt die Fresse. Ich heiße Anna. Bella heißt sexy, weißt du? Du bist sexy. Bella heißt nicht sexy. Bella heißt Band. Ich hab Latein. Dafür kann ich französisch. Und du hast deinen Mund nur für eine Sache zu öffnen, weißt du? Wir waren bei Nina Richter. Was wollt ihr von ihr? Naja, Jesse tut's so, als wär ihr hier schwuler... Freund? Die Gayfriend-Nummer? Wartet mal. Ladies, Augen und Ohren zu. Pass auf, ich geb dir jetzt einen Crash-Code. Dein Lieblingsfilm? Drive, weil ich auf Ryan Gosling's Sixpack stehe. Das Gosling-Ding ist gut, aber Drive ist eine Nummer zu hart. Der ist immerhin ab 18. Wie wär's mit Crazy Stupid Love? Der ist da komplett nackt. Aber Steve Carroll auch. Da hast du wohl recht. Nächster Versuch. Brokeback Mountain? Der ist ein bisschen zu classic. Okay, About Time mit Bill Nighy. Da musste ich echt heulen. Der war so schlimm traurig gegen Ende. Sehr gut, Mann. Das kam richtig überzeugend. Das war auch... Egal. Bäm! Und jetzt geht er raus und sei der beste warme Bruder, den sich ein Mädchen nur vorstellen kann. Das werde ich. Das ist so traurig. Ja. Aber nochmal eben was ganz anderes. Du kennst doch Marc, oder? Marc Beckmann. Ja, der ist doch an der B. Der ist doch der, der immer in seiner Sonnenbrille rumläuft und den Drang hat, jedem seinen Sixpack zu zwingen. Wow. Ja, also ich wollte dich was über ihn fragen. Ja? Ich gebe ja übermorgen eine Party und ich würde Marc da gerne näher kennenlernen. Verstehst du auf ihn? Ja, ziemlich. Ich meine, das sieht ja auch so gut aus, ne? Aber wem sag ich das? Ja, wem sagst du das? Also ist es okay für dich, wenn ich mit ihm zusammenkomme? Fuck you, Marc Beckmann, Mann! Fuck! Fuck! Mann! Gut geht's. Übermorgen ist die Party. Da ist es. Operation No Homo. Ja, das ist ja auch so gut. Das ist die ekelige Mische von Joey. Nimm lieber das. Weißt du, wo Nina ist? Ja, die müsste oben sein. Ich geh mal nach oben. Oh, Jesse! Hi! Hi, wieso bist du nicht unten bei den anderen? Ich hab noch kurz was zu trinken gefällt. Das trifft sich ganz gut. Ich würde sowieso unter vier Augen mit dir reden. Ja, okay. Was ist denn? Und zwar, ich liebe dich. Ich bin gar nicht schwul. Ich habe das nur gemacht, um... Schöner Scheiße, Mann. Hör mir bitte auf zu sagen, was ich schon weiß. Sorry, aber was wollen wir denn jetzt machen? Keine Ahnung. Ich bekomme die letzten Tage ständig irgendwelche Hassnachrichten von sämtlichen Mädchen unserer Schule. Nachricht von Jenny. Du behindertes, mieses, kleines Arschloch. Geh dich erhängen, du kleiner Spritzer. Siehst du. Ich soll dir von Ryan sagen, dass du für ihn gestorben bist. Soll mich das jetzt irgendwie berühren oder so? Naja, du bist jetzt jedenfalls nicht mal auf seiner Player-Nachfolger-Liste. Kann passieren. Wirst du gerade gleichgültig? Hör auf damit, gleichgültig zu sein. Ist doch jetzt eh alles egal, Mann. Nein, hör auf damit. Mach irgendwas kaputt. Schau YouPorn. Dreh ein Musikvideo, wo du ihr sagst, wie doll du sie liebst. Nein, das ist nicht witzig. Lebe dein Leben weiter. Ich meine, naja, die ganze Schule hast dich. Also jedenfalls die Mädchen und der Rest findet dich halt einfach nur erbärmlich. Aber deswegen ist es doch noch lange kein Grund, das Leben aufzugeben. Alter, kannst du sentimental werden? Hast du irgendwie zu viel John Green gelesen oder was wird dir los? Ja, Ryan hat sie die Bücher in seinem Zimmer stehen. Ich hab sogar Casper-Platten gehört, weißt du? Ich will auch so ein krasser Player sein wie er und so stehen alle Mädchen auf mich. Alter, du bist echt so dumm, dass man es nicht glauben kann. Dumm ist der, der Dummes tut. Hör mal bitte einfach auf, mich zu nerven. Alter, ich probier doch nur dein Freund zu sein. Ja, dann lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Was ist nicht so dumm, dass du sie hast? Ihr seid nicht so dumm, dass du sagst und ihrему der Stine eing� energyst und ihr könnt, nehmst du nur mein Freund. Was ist ein schöner Freund? Ein schwanz discours ein인지, passt immer auf mich. Und wenn du siehst, siehst du zu sein. Dann auch mal in Ruhe, Mann. Ja, wenn du siehst, siehst. Du bist nicht so dumm, dass du aus demачt. Du bist so dumm, dass du är in Ruhe, Mann. Soll ich dich nicht sagen. Du bist und du bist. Aber du bist so dumm, bliehst du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt Menschen, die sagen, dass die Schulzeit die beste Zeit deines Lebens ist. Ich glaube, das ist der totale Schwachsinn. Leute, die das sagen, sind wohl selbst nie zur Schule gegangen. Das sind dann auch die Leute, die mit 16 vergessen, wie es ist, 15 zu sein. Die dann alles schlecht machen. Ich will damit nur sagen, jeder geht seinen eigenen Weg. Und das ist auch richtig so. Jeder muss selber wissen, was er aus seinem Leben macht. Und wenn du dann mit der Beikündigin die Fläche verlässt, merkst du, diese Welt ist perfekt. Wie heißt es? Wie heißt es, Christoph? Nina, ich da. Darf ich mich zu dir sitzen? Wenn du willst. Was war mit dir los? Du bist nicht mehr in die Schule gekommen. Du hast dich nicht mehr gemeldet. Schule gewechselt. Warum? Deine Wege. Aber Jesse, es hat doch jeder nach einem Monat schon wieder vergessen. Du weißt doch, wie das läuft. Dieser Brief. Pisse. Vielleicht haben wir einfach zu jungen. Ja.